Hallo, jetzt Klaus Meine von den Skorpions. Martin Benninghoff und sein Kollege Oliver Georgi haben mit ihrem Buch Soundtrack Deutschland ein sehr spannendes Thema angefasst. In authentischen Interviews mit einer ganzen Reihe von Musikern beleuchten sie die Frage, wo wir Deutsche heute aus Sicht der Künstler stehen, wie weltoffen wir sind und wie wir in den vergangenen 30 Jahren die Wiedervereinigung von Ost und West erlebt haben. Ich hatte das große Vergnügen, dazu in einem Gespräch einen kleinen Beitrag zu leisten. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß bei der Lektüre.